Jo Leute was geht ab, mein Name ist der Wies Freunde, im heutigen Video zeige ich euch einen neuen XP Trick, das hier ist der Map Code, eine Sekunde, ich zeige ihn euch sofort, das hier ist der Map Code, einfach genauso eingeben, funktioniert für alle Konsolen und wird gerade hier live am Samstag um 17.30 Uhr aufgenommen und direkt für euch hochgeladen Freunde, falls euch dieses Video gefällt und ihr was kostenlos aus dem Shop haben wollt, lasst gerne ein Like und ein Abo da, kommentiert euren Epic Games nach Plus was ihr gerne haben wollt und mit etwas Glück gewinnt ihr das Ganze, gestern hat der Dario und der Marius gewonnen, ich hoffe ihr habt auf jeden Fall Spaß damit und wir starten jetzt auf jeden Fall rein, das ist ein richtig geiler XP Trick Freunde, der ist neu die Map, die habe ich noch nie vorgestellt und wir starten jetzt auf jeden Fall rein so alles was wir machen müssen Freunde ist einmal hier ganz kurz zu warten bis diese doofe Zone weg geht, ihr könnt euch schon mal eine Etage hochbauen, denn wir bauen uns jetzt genau über diesen Supporter Creator Teil hier, genau hier drüber und da findet ihr hier ein Secret Room wenn ihr den Secret Room gefunden habt, dann könnt ihr einfach hier euren, ja euren extremen Laufboost benutzen aus der Season und einfach dann hier hinkommen jetzt habt ihr hier ein kleines Jump Run, bevor ihr sagt, wieso machst du das Jump Run oder so, ihr könnt einfach nicht hier durchlaufen, also ihr müsst wirklich das Jump Run machen, sonst werdet ihr zurück teleportieren falls euch das Jump Run verschwerfällt, macht es einfach gerne ein bisschen langsamer ich denke mal einfach, das ist je nachdem wie viel Erfahrung man im Jump Run hat, eigentlich schon ziemlich einfach plus ihr habt hier noch das hochgreifen aus der Season 3 und den Jump Boost beziehungsweise das Sprint, also sollte es eigentlich nicht allzu schwierig werden, denke ich mal so, hier vorne findet ihr dann noch eine letzte Sache, alles was ihr machen müsst euren XP drücken und ihr fangt an AFK XP zu bekommen, ihr könnt das Ganze so oft wiederholen, wie ihr lustig seid einfach mal machen Leute ich wünsche euch damit viel Spaß, sehr sehr geiler Trick ich habe jetzt auch schon damit mehrere Level gemacht und ich denke mal, es lohnt sich schon und ja, ich hoffe auf jeden Fall ihr habt Spaß damit wir sehen uns beim nächsten Mal, haut da rein Freunde euer Wies, ciao!